Im nächsten und auch letzten Lied geht es um die Leute, die es mit der Selbsteinschätzung nicht so haben. Es gibt so viele großartige Menschen, die gar nicht wissen, wie großartig sie sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Hast du nicht ein kleines Wort, ein kleines Freund für dich? Hast du nicht ein kleines Freund, ein großes Herz für dich? Bist du nicht der schönste Mensch, die Blumen wiesen tut? Bist du nicht der Diamant, die Blumen wiesen tut? Du, 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 du... Du, 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 du... Du, du... Du, du, du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du... Du, 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 du Musik Vielen Dank, danke sehr, danke Matze, super, ich habe der beste Sound meines Lebens, danke sehr unseres Lebens, danke euch, danke Österreichwerbung natürlich auch, danke Fettteller Musik. Und danke bei Ihnen natürlich, danke. Vielen Dank, das ist sehr lieb, ich erkläre es dir nachher. Vielen Dank, das Konzert ist tatsächlich vorbei, aber jetzt kommt unsere unverwechselbar tolle, großartige, unvergleichbare Verkaufsshow. Das gehört auch dazu, zum Programm ist eine Show, natürlich ist es eine Verkaufsshow, heißt ja auch so. Und ich glaube, dass man das nicht mit anderen Verkaufsshows vergleichen kann, weil wir das einfach auf ein neues Level gebracht haben. Sie werden das gleich merken, Max, wenn du bitte deine Arbeit erledigst und eine CD, vielen Dank, ja, das ist lieb. Hier haben wir mit, ich stelle das alles ein bisschen vor, hier haben wir mit, das ist unser zweites Album, das heißt Bitteschön, das ist ein sehr schönes Album. Und ich muss Ihnen sagen, auch ich habe es mir, also es ist schon so, dass die Reden, die das Mikrofon haben, ich bin da nicht so demokratisch heute. Ich möchte das jetzt kurz, die, die es nicht haben, bitte nicht von den Herrschaften da vorne brennen, das wäre ganz schlecht. Das ist unser zweites Album, das gefällt mir sehr gut, ich habe es auch selbst gekauft. Max, das nächste bitte, heißt Bitteschön. Hier haben wir unser drittes Album, das heißt Gut genug für Berlin. Und muss ich sagen, auch das habe ich mal gekauft, wenn Sie das Artwork sehen, das ist wirklich sehr schön, da haben wir uns monatelang Gedanken gemacht, wie man so ein tolles Artwork machen kann. Und das nächste bitte, das ist unser ganz aktuelles Album, das heißt Yes, We Das, oder wie viele Österreicher auch sagen, Yes, We Do's. Und das ist ein Renner, möchte ich sagen, das ist, da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Ich habe mir selbst von diesem Album, glaube ich, gleich 10 bis 20 Stück gekauft. Das war kurz vor Weihnachten und ich möchte mal so sagen, Weihnachten kommt bald wieder, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja, bei uns kostet alles 15, was mich ein wenig irritiert. Wie ist das, was ich meine? Also wenn einmal die Vinyl auch 15 kostet, ist das eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Aber wir sind so gute Menschen, dass das möglich ist, muss man auch sagen, muss man auch sagen. Es gibt auch eine Live-Platte und da muss ich Ihnen auch was sagen, da haben wir uns was Schönes überlegt im Artwork. Schauen Sie mal, dieses Herz ist für Sie. Ja, nein, das ist schon jetzt ernst gemeint, das ist für Sie. Das sage ich nicht bei jedem Konzert. Nein, nein, nein. Ja, was soll ich noch sagen, das war es eigentlich. Das ist vollkommen wichtig, der Max hat mich aufmerksam gemacht, das kostet wirklich alles 15, wenn man aber möchte, kann man 20 zahlen. Das ist wirklich total in Ordnung und Sie können dann einfach zu uns kommen, wir sind ganz höflich, nett, man kann Hände schütteln, ein bisschen reden miteinander, handeln, eher nicht, eher nach oben. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, wir haben uns sehr wohl gefühlt, wir kommen natürlich wieder. Berlin ist sehr schön, muss man sagen, die Leute sind sehr lieb. Und schauen wir mal, wie das jetzt ist, weil es ist, eins sage ich auch noch dazu, wir haben ein sehr gutes Gedächtnis. Und wer kein, kein, keine CT oder keine Platte kauft, sollte sich etwas überlegen, wenn er beim nächsten Mal kommt, damit wir irgendwie eine Lösung finden oder was, ja? Schönen Abend, du kannst die Mikros jetzt muten, es ist jetzt eröffnet. Schönen Abend, du kannst die Mikros jetzt tun, es ist jetzt eröffnet, es ist jetzt eröffnet, es ist jetzt eröffnet. Vielen Dank. Vielen Dank.